Ich habe übrigens eine neue Anrede. Das müssen wir jetzt nochmal wiederholen, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich habe jetzt eine neue Anrede. Aha. Werden Sie dann erfahren. Willkommen und herzlich willkommen. Nein, Spaß. Ja, ja, herzlich willkommen und herzlich willkommen bei... Ähm... Geht das jetzt mal los? Ja, das ist ja was anderes. Aha. Ja, werden wir mal sehen, was wir alles geändert haben, ne? Oh. Oh, sie ist immer noch da. Was denn? Die Fackel, die ich da hingeschmissen habe, sie ist immer noch da. Echt? Ja, die nehme ich jetzt auch wieder auf. Sie sind ja gar nicht... Stimmt. Ich bin ja sonst wo. Und habe vollkommen vergessen, in welche Richtung ich nach Hause muss. Können Sie mich abholen? Dann würde ich sagen. Drei. Nein. Ja, mach ich nicht. Aber ne, ich kann Ihnen die Koordinaten sagen. Drei. Zwei. Eins. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend. Ich kämpfe gleich gegen so einen Mini-Zombie, der mich angreift. Und Sie brauchen einfach nur die Koordinaten, ne? Nö, nö. Schreiben Sie es am besten in Minecraft-Chat. Hab ich vor. Ah, der Herr denkt mit. In der Zeit kann ich ja ein paar Bäume füllen. Ja, ich brauche nur noch die Höhe, die ist ganz wichtig. Ja, klar. Ja, klar. Übrigens, wie ihr vielleicht seht, habe ich ein bisschen offline weitergebaut. Ja, und dann würde ich sagen, zeige ich euch mal, was im Keller ist. Okay. 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 garments für den. Und ich brauche Essen. Oh, ein Enderman. Wachstum. Sieht jetzt nicht allzu toll aus, die ganzen Zahlen hier im Bild. Oh, hier habe ich schon alles ausgeleuchtet. 300. Und hier habe ich schon wieder kein Essen. Ich glaube nicht. Oh, Hunde. Äh, Hunde. Pferde. Hunde. Quatsch. Hasen. Wie Sie wissen, ist mein Pferd ja elendig. Achso, ja. Sie haben es umgebracht. Ja, wir sind das im letzten Fall. Alles getötet, weil es so geleckt hat. Ja. Äh, das sind unglaublich viele Zombies. Oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen. Ah, das ist ein Skelett. Sieht mich aber nicht. Ich renne jetzt durch. Achso, ich wollte euch noch was zeigen. Und zwar habe ich, war ich noch Farm und ich habe, äh, recht gut hier ist gefunden. Ich bin zu Hause. Nee, doch nicht. Verdammt, ich habe mich verlaufen. Ich hätte es anlassen, hätten sollen, dürfen. Ich habe eigentlich nur mein Haus abgeholzt. Ich habe eigentlich nur mein Haus abgeholzt. Und ich habe mich nur mein Haus abgeholzt. Und es ist ein Verzauberungsstisch. Ich bin zu Hause. Es sieht wunderschön aus. Nicht. Besonders mit Schädern. Und sie haben einen Sprung. Sie haben einen Sprungturm. Wo man dann aus dem Wasser nicht mehr herauskommt. Großartig. Hier ist eine Leiter. Ja? Achso. Weiß ich nicht. Habe ich nie gesehen. Da hinten auch noch was. Schön, ja? Schön, ja? Wie geht's dem Feld? Glaube ich ganz gut. Ja, es geht sehr gut. Wie viele Stunden haben Sie denn so ungefähr offline gespielt? Zwei. Zwei. Zwei bis vier oder so. Keine Ahnung. Wie weit der Zongi mich schon wittert. Fokussiert. Ich darf nicht zu dem Bär kommen. Wo kommen Sie denn jetzt her? Nein, doch nicht auf dem Feld. Sie sind ein Wahnsinniger. Aber genau weil das passiert. Ich habe natürlich nichts mit. Na, großartig. Wer darf das wieder reparieren? Sologramm. Boah. So, weil... Ach, da haben wir doch eine. Ach, ich habe ja noch ein Stack. Gebratenes Schweinefleisch. Ein Stack? Was haben Sie denn alles umgebracht? Äh, Schweinefleisch. Nein, in der Umgebung ist doch alles. Boah, ich sehe mir diesen Shader echt gar nichts. Der ist so dunkel. Wenn man es gehört hat, das war gerade mein Handy. Das ist gut. Wir könnten ja mal Zeit messen oder so, aber jetzt lohnt sich das ohne. Ich hätte das natürlich mal vielleicht auch genommen. Und der Shader fehlt mir irgendwie. Zombie. Ah, der ist schon viel besser, der. Oh, ich verstehe davon, so ist. Jetzt machen Sie hier gleich wieder Werbung, ne? Ja, so soll es. Ich weiß doch. Ich will ja mein Schadenbogen nicht. Ach. Wie ist das? Produkt Placement. Ja, ist schrecklich. Schrecklich. Alles geklaut. Gucken Sie auf Icepackers Kanal, da ist überall Produkt Placement und Werbung und so und so. Quatsch. Soll ich Ihnen auch eine Diamantspitzhackung machen? Äh, brauche ich bisher nicht. Nein, danke. Aber ich mache mir einen Diamantschwert. Dann machen Sie mir bitte Diamanthelm, weil er schön aussieht. Den hänge ich mir da an die Wand. Wenn Sie das könnten. Aber das wäre Verschwendung. Wie ist das Verschwendung? Sie doch schön aus. Sie doch schön aus. Für mich ist das Verschwendung. Entweder folgen oder gar nicht. Pff. Ja, ich wollte gerade ein Stück bleiben. Ach, scheiße, ich brauche das. Stimmt. Einmal Inventar, schon mal voll mit Nahrung. Oh, Kripa! Scheiße. Hat den Erfolg Diamanten erzielt, aha. Auf dem Server, ja. In der normalen Welt habe ich den schon. Aha. Nein! Alles im Arsch, äh, toll. Toll, freut mich. Haben Sie mal wieder großartig gemacht, Herr Icebreaker. Mal wieder großartig. Ich habe ja Kies. Kannst du den einen Kies weg damit? Ich habe ihn noch, ja, ich habe ihn noch Kies besorgt, stimmt. Wollten Sie es doch haben. Ein Kies. Hatte ich. Ja. Ein Kies. Ich habe gerade gedacht, dass Sie neben mir stehen. Auf einmal steht da so ein Creeper und sprengt alles in die Luft. Na ja, es ist auch kein großer Unterschied zwischen mir und dem Creeper. Ich habe ein explosives Gemüt. Was, weiß ich. Ich spreche Zoom. Nein, Quatsch. Da habe ich einen Kompass. Ach ja, den habe ich mir letztens geschehen, weil ich nicht mehr wusste, also in der... Bitte was haben Sie? Ich habe ihn mir geholt, also aus dem Gamer-Tor, ich weiß nicht mehr, was für mich nach Hause kommt. Ja, den haben Sie sich geliehen und geben Sie jetzt zurück. Ja, von dem habe ich nun geliehen. Von dem Nachbarn und mir das Skelett. Nee, das geht nicht. Den brauche ich noch. Ich glaube, ich baue mein Haus jetzt aus Sandstein. Machen Sie das. Aus Sandstein, der feine Herr hier. Aus sächsischen Sandsteingebiet. Äh, da-da. Haben Sie noch Holz, zufälligerweise? Warten Sie, bleiben Sie da stehen. Hier. 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 Mal kotzen, mein Finn. Oh mein Gott. Mein Gott. Gehen Sie weg. Ich hatte lange weinen. Grüne Augen. Schrecklich. Ich habe ein rotes Auge. Ich wusste gar nicht, dass der Char grüne Augen hat, den ich immer so gerne hinbekommen habe. Ach ja, hier haben Sie die Bombe hochgehen lassen. Ja, das füllen Sie gefälligst wieder auf. Hä, welche Bombe? Hier. Hier, beim Shuttle. Ganz groß. Da haben Sie TNT hingesetzt und da ist ein Skelett. Da haben Sie TNT hingesetzt. Da haben Sie noch gesagt, hier, das sehen Sie nur in meiner Folge. Da habe ich noch gesagt, ach, das interessiert mich eigentlich nicht. Das habe ich dann bei Ihnen geguckt. Die haben Sie TNT hingesetzt. Echt? Na, gucken Sie in Ihren eigenen Folgen nochmal nach. Gott, das ist wild. Da greife ich gar nicht mehr dran. Ja, viel zu lange. Immer diese Leute. Immer diese Leute. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier, ja, Zugang. Äh, was haben wir hier? Hier haben wir Kohle. Noch einmal Kohle rein. Hier haben wir Zeug. Wart mal hier nicht mal was mit Essen reinmachen? Sie vielleicht nicht. Nee, ich habe genug Essen. Ich habe... Wer redet denn auch mit Ihnen? Ach so. Gut. Haben wir jetzt eigentlich irgendwann mal ein Thema für die Folge? Ja, ja. Ähm. Fällt mir nur nie ein. Die letzten Folgen, da haben wir richtig gut quatschen können. Und da haben wir dann aber aufgehört, weil der Server, äh, sich aufgehangen hat. Total gut. So ziemlich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht. So. Da freue ich mich drauf. Was kann ich hier rein machen? Im Grunde gar nichts. Alles Müll. Alles ist Müll. Äh. Hier unten ist doch schön. Oh Gott. Äh. Du kommst hier rein. Übrigens habe ich rausgefunden, dass man für den Sil... Also, dass man sitzen kann, ein Plugin braucht. Das haben wir schon seit einer ganz schön langen Zeit rausgefunden. Seit einer ganz schön langen Zeit. Seitdem sie mit Bizarro-Freak aufgenommen haben. Ja. Das ist ja aber, glaube ich, schon davor. So. Gott, hier muss ich aufräumen. Oh Gott. Du kommst hier noch rein. Du kommst hier noch rein. Kohle tun wir hier hin. Du kommst hier noch rein. Bruchstein, Holzhake, alles wunderbar. So funktioniert das hier. Jetzt habe ich kein Holz. Dann mach ich mal eine Schaufel. Ähm. Wenn man das... Nehm ich das mit, nehm ich. Das mit, nehm ich. Das lass ich hier. Ne, das nehm ich mit. So, und dann tue ich einmal das und das. Alter Holzfördertrick. Zwei Echse sind kaputt. Haut man zusammen, sind sie wieder ganz. Sehr. Wann wollten sie eigentlich mal ihr Haus bauen? Ich habe doch ein Haus. Einen wunderschönen Shuttle. Und ich habe einen wunderschönen Keller. Genug Eisen. Einige ordentliche Zimmer. Naja, Gott. Wir haben eins. Ich habe eine wunderschöne Küche. In meinem... Dings. Loft. Jetzt tue ich gerade die Küche dazu, vergewaltigen Eisen zu schmelzen. Obwohl unten genug Öfen sind. Wer hat mich denn da... Ah, ja, Quatsch. Jetzt. Das ist nicht mal auf Abwesen zu stellen. Oder beschäftigt. Oder wurde sie gar nicht... Ja, nee, es ist... Ja, egal. Ist nicht wichtig. Ähm. Ideen. Ich brauche Ideen. Ich habe keine... Oh, es regnet. Na gut, wenn es regnet, dann kann ich nicht rausgehen. Bleibe ich drinnen. Schlafe. Ich kann nur Nacht schlafen. Ich baue vielleicht mal ein Lagerhaus. Aber ich brauche Holz. Und ich habe Ihnen Holz gegeben. Ah, Holz. Überlegen, überlegen, überlegen. Was können wir denn machen? Hol ich von unten wieder das ganze Stein. Da, 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 da. Da, da, da. Was denken Sie denn, wie lang die Folge schon ist? Zehn Minuten? Ja, da, 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 da. Ah, Sand. Ah, Sand. 64, Sand. sie sind wieder sehr leise die sind wieder sehr leise ja es liegt vielleicht daran dass ich gerade nicht am Mikrofon hallo Tags wieder wunderbar sie zu hören zu können das ist schön das ist schön hat ich nicht mehr Federn ah hier schwarzpulver muss man kurz mein Mikro ausrichten Prozent das ist schön so, jetzt nehme ich wieder ne, hier nicht ja, man hört sie richtig gut oder so? das war scheiße müssen Sie mich unterstellen machen Sie es so selber das geht ja nicht ich kann mich selbst leise stellen faul ich kann mich höchstens muten, aber das wäre eine unvorteilvolle Folge es würde die Qualität dermaßen steigern merke ich mir Sie werden schon sehen, was Sie davon haben nein ach, in der Wüste regnet es nicht ne ist ja auch eine Wüste naja aber das sieht so schön schön aus mit dem Shader und so wenn es regnet es ist ein wunderschöner Shader von dem ich nichts habe um solchen hier ein Haus wo ist denn hier Platz ein Haus zu bauen äh, ihre Augen sind nicht, äh, äh, gucken ich gucken nicht in eine Richtung ach ne, jetzt gucken Sie, ne, dann war es optisch auch wieder aber ich sehe so wenig kommen Sie mal mit schlafen oh, du teilt nur nachschlafen ja, das ist ja früher könnte man auch, wenn es geregnet hat, schlafen, glaube ich äh, wann war dies jetzt früher Fili Wüste aha, das ist aber nicht früher, das ist was anderes das ist das ist Minecraft nur ein bisschen wo ich sie tun naja, das ist aber nicht mehr Minecraft denn Minecraft ist Minecraft aha was machen Sie gerade? na ich 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 habe Sandstein gemacht mhm, wie schön haben Sie gerade Sie wissen, was Ihnen erwartet ich will die Level wieder haben das war, das war eh nur ein halbes Level aha ich meine, wenn Sie es drauf ankommen lassen wollen ich habe zwar nur 8 Pfeile, aber ah, Spielekunst wow ah, wo ist denn jetzt hier Platz für eine für eine Hütte da wo Ihr, Ihr Holz, äh, Laminat, ja, Laminat schon ist das benutze ich jetzt einfach hier baue ich jetzt ein Lagerhaus drauf nein, ich denke sonst nix also da wo mein, da wollte ich ein Haus inbauen glaube ich schön, schönes Fundament haben Sie hier ich sagte schönes Fundament sieh 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 die Bromdenken zu reagieren oh nein, keine Pfeile mehr oh nein, keine Pfeile mehr ich greffe sie aber auch nicht mehr lassen Sie das wie weit sind Sie bitte schon geklaut? ich bin rückwärts gegangen dann holen Sie mal 8 und Steak und lassen Sie das raus oh, hier ist ein ein geheimer Bunker so nett da 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 eh, verdammt, ich treffe sie auch nicht ich bin gar nicht da ich bin gar nicht da Gar nicht da. Können sie bestimmt nach rechts gehen. Sie heißen auch nicht mehr Icebreaker, sie heißen Ips-break. Soll ich sie spüren auch. Oh nein, ich bin eingesperrt. Tun sie mich raus. Sie sind wirklich eine Witzfigur. Und es ist dunkel. Ja, zusammen. Kann das sein, dass die Rückstoß drin haben? Aha. Das ist gut gedacht, das ist gut gedacht. Ich bin die ganze Zeit... Ja, ja, jetzt geht Hunger erst runter. Vorhin war die ganze Zeit ein Hungerbalken nur weg. Und ich wollte eigentlich nicht essen, vor nicht noch mehr Hungerbalken wechseln. Jetzt kommt das erst, jetzt kommt das erst. Ich habe kein Wort verstanden, sie sind viel zu leise. Jetzt, wo sie nicht mehr volles Leben haben... Was? Lassen Sie das. Ich sage, lassen Sie das. Dann muss ich noch einmal schlagen. Gut. Haben Sie nichts verdient. Aber das werden die Konsequenzen nicht erleben werden. Lassen Sie das. Verdammt nochmal. Können Sie jetzt mal in Ihr Bett gehen? Warten Sie, ich koche noch eine Runde. So, 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 so. Nee, das machen wir mal. Nee, weg. So, so. Können Sie eigentlich noch leben dazu, wenn man schlägt? Nein, glaube nicht. Damals hat man ja auch noch Leben gekriegt, wo man gegessen hat. Sie, sie, gucken auf ihr. Oh, es hat aufkürzt Regen. Wir, wir haben uns die ganze Zeit gesehen. Nicht ausziehen. Schaufel am Kopf. Schaufel am Kopf. Lassen Sie das. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lassen Sie das. Warum sind Sie in meinem Bett? Raus aus meinem Bett. Wieso haben Sie in Ihr Mannschaft? Ich weiß es nicht, was Sie meinen. Das ist ein Eisenschwert. Yes. Ja. Jetzt hat er sich gemutet. Jetzt ist er weg. Er hat gerade nachgeguckt, wo seine Diamanten sind. Ja. Jetzt hat er gesehen, dass seine Diamanten weg sind. Sorry, man sah da gerade. Es kam gerade an. Ich will mich kurz hinlegen. Wieso haben Sie meine Diamanten genommen? Ach, wie witzig. Warum? Vielleicht habe ich Ihre Diamanten ja gar nicht. Vielleicht haben Sie meine Diamanten. Nein. Haben Sie mich? Wenn Sie mir jetzt auch nicht zurückholen, dann sind wir die ersten Tüte. Ha ha. Ausgetrickt. Geben Sie meine Diamanten. Oder Sie... Okay, gut, das will ich nicht eingehen. Ah, wo bin ich? Da. Da ist eine Kiste. Was wird wohl da drin sein? Drei Stöcke. Lassen Sie das. Aus. Sag aus. Jetzt lassen Sie das gefälligst. Wenn ich sterbe, werden Sie Ihre Diamanten auch nie wieder bekommen. Nein, eigentlich doch. Dann bekommen Sie die auch wieder. Hier. Ähm, nein, das sind alle. Ich habe keine weiteren Diamanten mehr. Verdammt. Das war nicht in Ihrer Hand, ne? Das ist zu... Ey! Das sind zwei. Quatsch. Quatsch. Ich glaube, noch einschlags, dann sind Sie tot, ne? Ich habe mir ein Diamantschwert gemacht. Diamantschwert kostet aber keine... Äh... Äh... Hier, bitte, Diamantschwert. Natürlich, wir sind auf dem gleichen Server. Der sah so aus wie der letzte auch schon. Ja, es ist putzig. Ich habe mich gleich in die wunderschönen grünen Augen verliebt. Jetzt lassen Sie das! Ah, das ist ja krass. Sie sind auch wieder zu leise. Ähm... Sie sind immer noch zu leise. Nee, das ist der Pech. Der Pech von... Sie haben ja auch noch Eisen geklaut. Sie verdammtes Dreckschwein. Hab ich gar nicht. Doch, haben Sie. Hab ich gar nicht. Raus genommen oder in die Kiste? Welche... Haben Sie gerade hier was kaputt gemacht? Wo kommt das Eisen her? Haben Sie gerade da oben das Dachfenster kaputt gemacht? Oh. Ich Sie hasse. Ich Sie hasse. Gott, hier beende ich die Folge. Das ist ein wunderschöner Tag. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Und bis gleich. Tschüss.